Bringen Sie sich in die gezeigte Ausgangsposition. Unterlagern Sie Ihr Knie mit einer Rolle, zum Beispiel mit einer Faszienrolle oder einem Handtuch. Lassen Sie die Zehenspitze zur Decke zeigen und bewegen den Fuß langsam rauf und runter. Das Knie bleibt während der gesamten Übung auf der Faszienrolle liegen. Untertitelung des ZDF, 2020